Aber du musst doch mal ansagen. Oder ich. Du hast einen besseren Sound, glaube ich, ne? Ich höre auch. Also, ich soll ansagen. Freitag. Ne, das stimmt ja gar nicht. Der fünfte, zweite ist halt ein Freitag. Martin! Ist doch Martin. Soul Session am Freitag jetzt. Ja, ja, ist richtig. Ist richtig, aber immer Montag. Egal, die Soul Session, die nächste. Findenstein am Freitag, dem fünften, zweiten. Das ist Februar. Und die findet mit einem Programm statt, wo die Jungs Songs von Steely Dan spielen. Wow. Steely Dan. Und hier hat der Martin geschrieben, ein bisschen Bowie. Ja. Ein bisschen, muss sein. Okay, ein bisschen Programm von, also hauptein Steely Dan haben die Jungs drauf. Das ist der Martin. Der James spielt auch mit, der gerade hier war. Und jetzt steht hier, Sepp-Ted und andere. Ich glaube, der Wolfgang Kowalik spielt mit hier. Und der Peter, der Thomas, wer auch immer das ist. Franz, Lydia, Maike, Wolfgang, David, alle machen mit. Steely Dan. Das wäre bestimmt großartig. Das war immer großartig, wenn hier Session gemacht wird. Steely Daner Session. Wow. 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 Vielen Dank.